Ich habe mich für das IT-Trainingprogramm bei der KfW entschieden, weil ich sehr überzeugt davon war, wie andere ehemalige Trainees darüber gesprochen haben. Ich fand es einfach cool. Für die Leute ist es toll, einfach einen perfekten Überblick über den gesamten Bereich zu bekommen durch dieses Programm. Ich finde das Trainee-Programm cool, weil ich super viele Leute kennenlerne, mit denen ich auch richtig Lust habe zu arbeiten und ich wache morgens auf und denke mir, okay, heute wieder arbeiten und ich freue mich. Vielen Dank.